Guten Tag Loot, Loot, Loot für die Welt Und Waffen für mich Jetzt können wir aber wieder die Sniper ausrüsten Geil Haben will Spielzeug Ohja Ich hab trotzdem mir gefühlt, dass da noch ein Bosskampf kommt gleich Wenn man hier schon so viel looten kann Wenn die Sniper ausrüstet werden kann Ich kann auch noch Okay Oh Oh Gut, 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 gut Gut, gut, gut Gut, gut, gut Gut Das ist schon Meine Schilde sind voll. So können wir Schilde ausrüsten. So können wir halt ein besseres Schild. Na, wie viele Skepsis sind hier. Guck. Hallo. Ich finde mich hier drin richtig sicher. Obwohl... Zock. Wo sehe ich die hier? Wo sitzen sie? Ich sehe keine. Also gehen wir mal raus. Aber klar, dass die da drin sind. Ich sag und tu. Mach's riechen. Mie. Mie. Huge激. Fotos Nagelander im Griff, die dennoch verbluten Ich bin so schnell. Oh, oh. Der kann man nicht mehr close. Ich bin so lange. Ich bin so lange, das ist nicht mehr. Ich bin so lange. Ich bin so lange. Nein, hallo, ich bin. Ich bin so lange. Ich bin so lange. Ich bin ein Freund. Hallo, lasst mich. Ich ziehe noch mal auf der Karte 3. Piu. So. Tschüss. Ich dauere sofort ab, sobald du auf de Reisheit bist. Ja, das war schon klar. Ja, das ist mir schon klar. Wir versuchen uns hier anzulocken. Tschüss. Und wo ist der letzte? Der ist tot? Er ist tot? Hallo, eins, zwei, drei. Philipp kommt vorbei. So. Okay, machen wir es so. Eins, zwei, drei, vier Eckstein. Alles muss versteckt sein. Auch da. Eins, zwei, drei, vier Eckstein. Alles muss versteckt sein. Eins. Eins. Ah, ah. Billi. Oh, fuck. Die Kinder, das sind zurück. Eine, die lebt immer noch. Kleiner Outlaw. Tschüss. Ah, Mami, nicht schon wieder so einer. Ja. Ja, 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 ich weiß. Nein, Mami, nicht schon wieder der. Tschüss. Ja. Ich mag den nicht. Aber mit der komme ich niemals so weit. Mit der anderen. Jetzt mal gucken, dass du seine Gefährten ausschaltest. Ja, das sowieso jetzt. Das ist der, der geht mir ja schon ziemlich auf den Sack. So, jetzt sind wir momentan und fliegen. Boah, Raider. Tschüss. Marot, halten die denn alles aus? Gottverdammt. 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 So, jetzt die andere da drauf. Die sitzt aber auch ganz gut. Aber nur den Krips. Ja, und jetzt hab ich mich nicht Problem. Oh, ne. Schreibschüte. Sie hat krassen Nahkampfschaden. Ist halt ein SMG, ne? Komm, versuchen wir es mal. Na, 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 na. Irgendwie gar nicht. Ist in Ordnung, hallo. Ich war Angst. Ja. Ich hab's schon verstanden, hier, immer direkt in Ordnung. Ich kenn mich nicht, ich will dich nicht, nein! Polizeivergewaltigung. Ich hab' das Gefühl. Ich hab' sie nicht geliefert, hab' ich das Gefühl. Du kannst leicht auf. Ja, bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Ich hab' die Eckenkirche bekommen. Wie mache ich das? Na, da liegen mir den Schild und sobald sein Schild dauernd ist. Guck mal, da liegt auch noch überall die Mutti und so. Wo ist der Große? Da muss ich kurz rein. Dann Muni kaufen und dann hat sich das. Ich glaube, du musst erstmal davor schicken. Ich weiß, aber ich nutze es, dass es mal kurz aussieht, dass der noch nicht da ist. Das wäre geil. Okay, Glitch ausgenutzt. Hat keiner gesehen. Als ob ich schummeln würde. Nein, hallo, speichern. Hallo, speichern! So, hallo, was haben wir denn hier im texanischen Staat? Scheiße, dann können wir noch ein bisschen was verkaufen. Der SMG bringt nichts mehr. Reicht erstmal. Passt. Oh fuck, er hat mich bemerkt. Mamii. Mamii. Endlich, ein anständiger, blutiger Kapp. Naja, ich hab grad gegessen, aber let's buggy! Ich hab schon gedacht, der andere ist schrecklich. Red Belly. Blipp, blip, blip, blip. Aber du musst keine Bilder. Hallo? Jo, ist in Ordnung. Erledige Red Belly. Hallo? Ich guck, wie war dein Faden? Nein. Wofwofwof. Wir müssen mal gucken, dass wir die beiden Snipes auflegen. Und dann bam bam direkt vor dem. Ach ja, Mamii. So, was sagt denn die Flipser? Schlipser sagt, ich soll die nutzen. Hocheffektiv gegen Fleisch. Der besteht aus Fleisch. Also. Ach guck mal, das Leben von dem hat sich gespeichert. Weiß der quasi. Ich dürfte. Scheiß Chance haben gegen das, was der da hat. Aber der blutet. Das ist nicht gerade wenig. Aber durch seinen scheiß Helm kann ich ihm kein Crypt geben. Scheiße wäre natürlich, wenn der Riese jetzt kommt. mit der Flipser grundsätzlich schiedet. Oh nein. Wenn er fliegt, kann ich ihn also nicht treffen. Warte mal versuchen, was wir mit der. Weil die machen ein bisschen Damage. Hä? Kann ich schaun. was ist das denn? das ist jetzt nur dieser Red? nee, in zwei, in zwei, in zwei, in zwei nicht ach du scheiße, ja ficken sagst du der ist auch noch da? ja der ist auch noch da geht das? hallo? nananananananananan hallo, hallo, hallo das kommt nicht so zu dir einer ist da ich hab keine, doch, hab ich hallo, Gerhard Schmeiß doch, hallo, fickeln haben wir hier nicht, äh, Bier muss sie live kaufen live voll austricksen ich doch nicht tschüss tschüss und das ist momentan unser Schild, oder? hoffe ich zumindest, ne so Schild getauscht es wird die 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 ebenso das Problem von der zu in heißt das ist Wetter weh Jo die das ist ja das ist die heilige die Witz vor die 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 sind die Stürmer 3 3 so wir haben nicht genug Geld ausgültes das tschüss das ist natürlich ein Nachteil aber wenigstens ist der schon mal tot komm, spiel mal mit zwei Sniper das tschüss das tschüss das tschüss das tschüss so einer von denen ist tot das tschüss 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 hat dieses für um ja es dann schütt wie ist es der dürfte echt gut sein ich glaub der Fette war der härteste nö die Nate lass ich nicht auf mir sitzen die stein die die Das ist ein Virus direkt benutzt, um die Oberfläche für das Mund in die System frei zu schalten. Das ist da glaube ich in die Mitte. Ah, ich guck gerade an. Ne, da muss ich auch noch nicht. Hier rein wahrscheinlich, oder? Waffenschrank. Waffentisch. Alles voll. Kann ich nicht gebrauchen. Mein Bett ist dran. 1,11 Stück schon. Maximale Gesundheit. Nachlademischwindigkeit. Was willst du noch? Waffenschaden. Schildkarten. Ladevorgang. Immer erhöhen. Nachwischaden. Schildkapazität. Schildkarten. Schildkarten. Feuerharte ist auch noch was gutes. Schildkarten. Schildkarten. Den Rest benutzen wir nicht. Waffenschauer. Ah, wir haben noch keine Elementarwaffe. Was hat das noch nach oben? much mehr Waffe? Ne. Was kannst du dir nicht leisten? 40 Mondsteine, alles klar, man muss da aber ne krasse Waffe drinnen sein. Schleitet das Ding an. Geh rauf aufs Dach. Na wie vieles GIFs erwarten mich? 2,5? Noch 5? Nächstens. Wär zu schön gewesen. Ui. Zerstöre alle Relais, dann sollte das verdammte Signal ausgehen. Zerstöre alle Relais? Doch, doch klar. Doch, doch mal klar. Das ist genau das. Wirst du die Waffe wegsenden? Also, die sind effektiv gegen Fleisch. Und die andere schon mal, die hier. Das ist genau das. Das ist genau, ja. Ja. Dschüss. Dschüss. Wenn du dann eine Maschinengewehr nutzen würdest, weiß ich nicht mehr. Wirst du? Mh. Gehen wir jetzt gut. Weißt du? Ja, gut. Und... ...und der letzte... ...kalibation passt. Ich zerstöre alle... ...zerstöre alle Relays. So. Warte mal, ich habe schon Munition für die Schlippsorgen. Ne, doch nicht. Okay, hier. Ja. Hier. Ne, doch nicht. Und für die anderen. Oh, okay, der hat mich falsch. Richtig, richtig. Hier fällt die Hand mehr rein. Ist das das? Granate? Nein. Oh, okay. Ja, Mann. Tschüss. Mann, ich wollte die Sniper wieder. Der gegen die Zukunft ist echt ein Hinschluss. Obwohl, hier stecken gut. Obwohl, hier stecken gut. Oh, wenn ich weiß, wie die ist. Okay. Okay. Okay, jetzt geht's. Hallo. Oh, ne Munition verschwenden für die scheiß Teile. Ne, ne. Ne, es ist in Ordnung. Die Drohne gegen die unsere Waffen nicht ankommt. Ich weiß nicht, ob die gegen die unsere Waffen ankommt. Ich weiß nicht, ob die gegen die unsere Waffen ankommt. Oh, ne, es ist in Ordnung. Oh, ne, es ist in Ordnung. Oh, ne, es ist in Ordnung. Mensch, ne, es ist in Ordnung. Ja, und noch so ein dicken, äh... Ist es gut. Es ist gut. Es ist gut. Es gibt schon auf. Ich gebe auf. Ich gebe auf, tschüss. Nee, bei hinten das lassen wir einfach mit. Ja, tschüss, kein Bock mehr. Hör. Badass. Böts, Alter. Böts, Alter. Es, äh... Es ist... ich will mich fehlen ja gut, da komm ich nicht mehr hoch Moment Moment Gibt es irgendwas schönes, was mir helfen könnte? Oh meine Fresse, das Problem kommt ja auch noch dazu Wie soll ich das denn packen, wenn ich noch Luft brauche? Ich versuche es schon Wie soll ich das mal holen? Ja, was auf die Kohle? Ja gut, wird schwer Da muss ich ja wieder komplett rum Na ja Ja Ich habe doch so ein kleines Pissding aufgehoben Wenn du jetzt schnell abzudrücken kannst Jo Jo Da liegt hier, ne? Hast du denn das gesehen? Hä? Da in einer der Tonnen liegt hier Hinter der Scheiße, pass auf Automaten Jetzt hast du noch umgefüllt Und ich seh ich Wenn du keine Das kannst du noch versuchen Ich werde versuchen Ich werde versuchen Ich werde es versuchen hübschütteln ich leise die Mami Schöner und Volker, muss man ehrlich nur sagen Na komm Badass, wo bist du? Zuerst tun wir uns aber mal ein paar nix Keine untersagt voll Ich wusste wer da ist Ok, bei dem Ding macht das Ding also überhaupt nicht und tschüss Ach, das Ding schießt du nicht? Der kommt näher Ab Ab So, also Na warten Du kriegst den genaigen Kick Tschüss So Mit der Waffe Hat er uns fertig gemacht Oh, das ist ne Soul Rifle Welche Waffe können wir wegschmeißen Die macht ja keinen Damage Komm gib Das ist ne Soul Rifle Genial ist geil Halt ne Krass Wie läuft das? Krass Was? Ist quasi ne AK Ja So Habe ich wieder Sniper Munition Ja Oh, ich will die Verblutet jetzt Beziehungsweise trockne Paul Und für dich gebe ich jetzt auch eine Fresse Ja, ich muss jetzt erstmal mit dem Ding zurecht kommen Tschüss Wo hab ich denn jetzt wieder die Luft her? Klar, klar Klar, klar Klar, klar Wohin wie dir nach hinten nicht geklatscht ist Da wo uns die Leber lag, uns was in die Luft Na, nee Na, nee Nee, du bist schon mal gar nicht Oh, keine Ahnung Das ist ja Wohin Ja Boah, ne Wohin Wohin Das ist Ja Komfort Mein Mit den Schütze Ah nice So jetzt gib mir mal ne neue Quest man Seriously? Muss ich jetzt echt den scheiß Weg wieder zurück?